Ja, bauen wir mal zur Vorsicht nochmal zwei drauf und dann dürfte es reichen. Eben. Wo ist das ganze Essen hin? Da, wo es immer war. In meinem Bauch. Hat so gut geschmeckt. So. Äh, was für ein Hopper wartest du haben? Vacuum Hopper, oder? Vacuum Hopper, mhm. Boah, jetzt wird es dunkel. Super. Wieso ist der Vacuum Hopper nicht mal... das ist nur ein kleiner Block, das ist... egal. Doch, doch, das ist im Endeffekt ein Hopper. Ja, ist klar, aber sieht nicht aus wie einer. So, äh... Die Beleuchtung. Wollt ihr den nicht rausnehmen? Äh, es wird grad Abend? Ja. Ja, dann klar. Wirst du mitkämpfen? Ich werde mitkämpfen, wenn ich was zu essen bekomme. Krieg's nicht. Ich hab Essen dabei. Wie viel? Wovon? Ja. Ja. Ja, ich komm ja schon. Gimme, gimme. Ähm... Ich hab fünf Birnen, drei Pfefferkörner, Beef Jerky, drei Limes und Rotten Flesh. Okay. Hab ich grad alles geerntet, also... Den Pfeffer kann ich irgendwie nicht essen. Ja, logisch irgendwie. Nein! Ich ess auch... Paprika roh. Ja, Paprika und Pfeffer ist ein Unterschied. Im Englischen nicht. Mhm. Fahl dir einfach mal das Bildchen an von Pfefferkörner, weißt du's. Dann nehm ich hier mal kurz die Fackeln runter, ne? Jo. Hier hinten die eine noch. Muss reichen. Jo. Warum hier noch Licht ist... Ach, dann fängt der hier. So. Reicht das? Ja, muss. Ja, nicht ganz. Hier ist noch eine... Da ist noch eine. Jetzt kann ich das Abstand halten von dem Teil, bitte. Alle. Wieso macht ihr's nicht da hinten, bei dem... bei dem komischen Gang, was der Simon da gebaut hat? Weil das zu wenig ist. Meinetwegen. Das spawnt nicht genug. Ich kann mit meiner Axt kämpfen, haha. Ja, du kannst auch herkommen, damit dahin auch was spawnen kann. Ja, ist ja gut, äh. Okay, da sind zwei Creeper schon mal gespawnt. Ja, toll. Und Zombie. Und noch mehr. Ja, dann Attacke. Jo. Mach dir mal. Ja, ich geh mal auf den ersten. Oh, nee. Ist kein Problem weiter. Es ist nur mein Gang gewesen. Außerdem ist Mob-Griefing aus. Echt? Ja. Wann hab ich denn das gemacht? Ich glaube, das ist automatisch. Na, wahrscheinlich dachte ich mir schon, dass ich das ausmachen muss. Und nochmal zurück. Moment, da ist noch ein Zombie. Komm her. Ja, das muss reichen. Denn sich die beiden Herren auch wieder hierher gesehlen würden. Das ist ein Skeletter, das muss reichen. Nein, sehe ich. Nein, warte, warte, warte. Oh, was? Oh! Der hat sich selbst mit dem Pfeil zurück nach hinten geschossen. Alter! Der hat in der Luft diesen Pfeil geschossen und hat sich damit nach hinten wegge... Oh, Simon! Verdammt, war das knapp! Und, was denn? Das war ganz schön riskant jetzt, ey! Alter, du bist fast runtergefallen! Ja, nur fast. Es ist nicht knapp genug. Du bist ziemlich leichtsinnig mit deinem Demo. Er lebt am Limit. Wir haben doch noch 60. Das war echt voll praktisch. So, ich hab jetzt noch zwei Rotten Flasche und ein Knochen. Ich hab keinen Knochen. Also ich hab nur noch die fünf, die ich schon vorher hatte. Ja, dann müssen wir jetzt noch... Hat von euch immer Knochen? Ja. Ja, einer, der liegt da. Oh, ich hab noch eine, ja. Gut, dann brauchen wir noch drei. Ja, nehm die doch gleich mal. Ja. Was genau wollt ihr damit machen? Äh, die eine Crestfall enden. Marianne Wattersharp. Achso, ja. Kann sich auch noch mal, äh, vielleicht ein... Skelett dazu gesellen oder so? Ja, da auf meiner Platte haben welche. Gut, dann... Geh ich erstmal die Zombies unter seinem Skelett abschlachten. Und die Spinne und die beiden Creeper. Ich mach die hier. Reinforcement now! So. Ach komm. Was denn? Was ist jetzt für den Luftgeflogen? Vorsicht Frank! Das war ich. Jetzt darfst du jetzt manchmal nicht Pause. Ne. Man wird langsamer, wenn man kurz vorm Sterben ist. Ja. Woran ist grad die... Warum ist grad der eine Creeper explodiert? An Frank. Ah. Wir brauchen ja kein Auto. Er war schon nicht hinter mir. Wieso kann ich nicht mehr... Ach, was weiß. Angraoberhau ist seltsam. Ich hab übrigens ne Kartoffel. Vom Sterben oder wie? Ne. Von irgendeinem Zombie. Nehm ich an. Ah, super. Oh. Meine Bratpfanne ist geupgradet worden. Jetzt ist sie feurig. Ganz ehrlich, da steht Hanger, aber ich kann nichts essen. Weißt. Ich hab noch einen Skelettkopf bekommen. Seh ich grad. Yay. Friss Brot. Ich schmeiß dir eins runter. Mal schauen ob ich die treffe. Danke. Komm schon Skelett, schieß jetzt. Komm, schieß. Ach komm. Das Skelett hätte fast den Zombie umgebracht. Oh, sorry. Boah, das hat mich in der Luft aber auch nach vorne geschubst. 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 Hups. Du bist viel zu stark. Ich hab den wirklich einfach grad über... übers halbe Feld gekickt. Das wollte ich nicht. Ich will die Knochen haben, meine Güte. Einmal nochmal zurück. Wie viele Knochen hast du grad dabei? Hat er mir noch Knochen? Ich hab keinen mehr, nein. Nö. Nope. Sade. Dann fehlen uns noch drei Knochen. Einmal nochmal zurück. Wir brauchen noch ganz drinnen Knochen. Das ist jetzt so. Habe ich übrigens schon was vor Knochen hab ich? Wir haben doch schon ein bisschen abgeschlossen. Guckt doch mal. Guckt doch mal nach. Wir haben schon was abgeschlossen. Von der Quest, meine ich. Das ist ein Manual Submit. 10 brauchen wir. Wie gesagt. Eben. Ach, das ist schon vier drin? Ja, eben. Das ist es ja. Dann haben wir die schon abgeschlossen. Das reicht schon, ja. Egal. Den Rest machen wir jetzt trotzdem. Gut. Killen tun wir jetzt nochmal, ja. Dann geh ich auf die Spinne hier bei dir, ne? Oh. Ich muss doch überhaupt nicht vorsichtig sein. Ich darf nicht nach vorne gehen mit der Pfanne. Ich darf nicht sprinten mit der Pfanne. Weil, wenn ich das tue. Dann? Dann... Dann krieg ich den Fall zu machen. Dann krieg ich den Fall hier nach überall hin. Ich bin mir jetzt hier total breit, yo. So, Kartoffeln. Für Kartoffelsalat. So. Außerlich das muss reichen. Erinnert ihr euch noch da dran an die Werbung? Nein. Doch, kann sein, aber. Ich hoffe, das kann sein, aber. Das heißt, gibt es dieses neue Rocket Whip. Oder so in der Richtung geht das. Ja, übrigens. Fertig. Sehe ich nicht toll aus, Frank. Ja, das ist ganz toll. Und Rewarded habe ich claimed. Übrigens, da. Oh, ich habe eine schöne Portion Flask gekriegt. Ach, da gibt es verschiedene? Es gibt zwei Stück, zwei. Oh, Regeneration für sieben Minuten. Ah, jetzt kann ich auch claimen. Hast du gekriegt? Noch gar nichts. Was hast du jetzt für einen genommen? Die rechte oder die linke? Ich habe die linke genommen. Regeneration. Ich glaube, ich auch. Regeneration, jup. Zweimal Spaghetti habe ich bekommen. Oh, das ist auch eine Grater. Toll, diese Jerkies sind einfach nur sinnlos. Trotzdem wird Rewarded. Ich habe ein Holzschwert bekommen. Mit Silk Touch 10. Achtung, da steht ein Creeper rum, Leute. Da steht einfach Creeper rum. Da steht zwei Creeper rum. Ja, die Köpfe irritieren sie. Scheint so. Regen ist nicht so gut, gleich. Meine Brandpfanne hilft dem Regen auch so viel. Nein. Ähm. Ja. Ja. Leute, was ist hier für ein Fakten los? Ich sehe nur, wie vor mir einfach einer aufklatscht. Ja, what the fuck? Wie so ein Sensen, oder? Hey, ich habe jetzt einen Kopf von mir selbst. Wie kannst du da aufhängen? Rewarded Bag. Zweimal Spaghetti. Yay. Ja, habe ich auch bekommen. Hat noch irgendwer welche Köpfe? Ja, habe ich sogar. Sollten wir vielleicht mal ein Monument oder so bauen. Können wir, ja. Stimmt, mein eigener Kopf wäre auch cool. Da habe ich erstmal den Creeper da hingesetzt als Platzhalter. Nein, warum ist die Leiter jetzt weg? Verdammt. So. Ich habe auch eine Kartoffel, also. Gab so. Ich bräuchte mal ein paar Torches für oben, ansonsten spawnen da oben gleich ganz viele Mops. Äh, hier dreifeln. Wir können uns die Spawner erkarfen. Das ist gut. Was können wir erkarfen? Wir können uns anscheinend Spawner erkarfen. Cool. Nur manche gehen nicht ein. Huhn. Ganz... Oh, Huhn ist einfach neun Pfeile. Das ist einfach. Pfeile müssen wir genug haben. Ich habe auch drei. Ich habe auch drei. Ja, ich habe acht. Können wir einen geben. Nö. Dann... Dann haben wir gleich wieder den Anfang der nächsten Quest und Squids. Squids, 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 Squids. Algolem. Okay. Okay, ich habe zu viele Torches gemacht. Fishing was next. Du kannst dir gerne welche abgeben, ich hatte nämlich keine. Ja, ich gebe dir mal 16. Schnee-Mann kriegt auch noch 16. Danke. Das brauche ich oben. Ich danke. Wir brauchen übrigens wirklich mal eine vernünftige Nahrungssupply. Ich habe Frank eben eine Kartoffel umgeschmissen. Damit kann er jetzt uns was aufbauen. Wir hatten noch zwei Kartoffeln. Also, falls die eine weg sein sollte. Eine Kartoffel liegt noch hier oben in der Kiste dran. Die habe ich gerade selber. Die eine ist weg. Ich habe nämlich keine. Dann nimm die andere hier oben. Ach, habe ich die wohl jetzt als reden, oder? Ah, okay. Also, ich bin trotzdem besser dafür. Vielleicht am Anfang getrallt werden zu wollen. Sind denn die Pfeile? Da sind noch sieben. Okay. Ich überlege gerade, wollen vielleicht noch nicht einmal. Bad. Ja, ja. Und so. Ja, wisst ihr nur, stimmt dem jetzt zu? Ja, genau so. Gut. So, machen wir was. Dann bräuchte ich jetzt nur noch deine PIN und deine Kontonummer. 17. Nice. Ähm. Was ich eigentlich sage. Machen wir so eine automatische Eierproduktion? E-Eier. Ja. Ja. Klar doch. Aber, ähm. Dann setze ich die dann da hinten hin. Eben. Ich überlege nur gerade. Ich habe mich voll rausgebracht. Ich wollte eigentlich was gefragt haben. Ähm. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Ähm. Kann nicht wichtig gewesen sein. Okay. Doch. Sollten wir nicht lieber vielleicht noch ein bisschen Erde und so machen? Damit wir die Farben schon dabei haben? Ich bin den gerade schon dabei. Sind wir gerade dabei. Das ist ja der ganze Sinn von der Mockfarben. Das ganze was wir von den Bäumen hinten ernten, das könnten wir vielleicht auch noch nehmen. Wobei, jetzt wo wir die Mockfarben haben dann, ja das geht schon. Ich überlege gerade, mit Rotten Flash kann man auch Erde herstellen, ne? Ja. Ja, genau deswegen, ja. Wie viel braucht man dafür? Bisschen mehr als, äh, Saplings glaube ich. Also sechs Stück oder? Zehn sogar. Ich glaube, ja. Saplings braucht man ja acht, ne? Stimmt ja. Ja, eben. Hat noch irgendwer Rotten Flash dabei? Ne, leider nicht. Ja, dann. Warte noch fünf, zehn Minuten und dann hast du es. Ich glaube, wir können zehn Minuten Warte für jetzt alles machen. Ich bin nämlich ungeduldig. Oh. Boah, hab ich aber gerade wieder mein Leben aufs Spiel gesetzt, ohne es zu merken. Ja? Ja. Wieso? Äh, ich hab gerade wieder, ähm, Autosorten geklickt, in derselben Kiste, die mir gerade eben schon mal alles kaputt gemacht hat. Ah, okay. Ein Herz für Menschen. Genau. Was in dem Fall sogar mehrfach stimmt, weil das in unserer Gruppe ist. Lach nicht, das ist wirklich so. Ein Huhn oder zwei. Ja, das ist ja richtig. Was war? Ein Huhn oder zwei. Ja. Ich meine, für zwei bräuchte ich dann halt nochmal ein Ei für die nächste Quest. Danach reicht eins. Komm. Gut. Danach gibt's Infinity-Eier, also, eben. Infinity-Eier. Ja, was? So ein bisschen neumodische Anglizismen hier einbringen und so? Ja, jetzt fühlst du dich wieder cool, oder was? Damit ich voll hip und trendy bin. Hip. Wie stellt man die eigentlich her, die Eier? Äh, muss n'n nachgucken. Also, Hühner sind einfach nur neun Pfeile. Und ein Squid sind ein Ei und acht Angeln. Aus den Eiern machen wir dann halt die anderen Spaw-Teile, oder? Ja. Ich brauch irgendeinen Job, den ich tun kann, weil so... Besaug mich mal in den Eiseneimer. Ja, bald könnten wir ja mal mit Bienen anfangen. Ja, genau. Oder Thumbcrap. Ja, dafür brauchen wir, äh... Dingens. Genau. Genau. Besorg uns mal Rohstoffe, wir brauchen Eisen unbedingt. Genau. Das heißt, ich soll Cobblestones erschlagen. Kannst meinen Hammer dafür haben. Klar doch. Also, ganz, ganz klein zu malen, oder nur Cobblestone? Ähm, ne, mach... Ich glaub, Gravel reicht eigentlich. Gravel ist am besten, ja. Ja. Jo, dann stell ich mich jetzt hier hinten in die Ecke und, ähm... Mach die fröreste Gravel-Party. Mhm. Ich glaub, Gravel müssen wir doch auch aus dem Grindstone rausbekommen, oder? Das hast du dich schon mal gefragt und wir haben's, glaub ich, noch nicht getestet. Naja, darum geht's ja. Ich spiele dann nochmal Hochstapler hier, ne? Ja, ja. Dann stapel du mal. Aus dem Pulverizer geht's auf jeden Fall. Oder haben sie den Grindstone rausgenommen? Ohohoho. Hehehe. Ja, hier ist noch drin, okay? Ohoho, das sieht knapp aus. Das ist auch knapp. Ich bin grad aus Versehen auf D gekommen und dann bin ich grad fast hier runter behüpft, weil ich ja hüpfen nicht halte. Ohohoho. Okay. Ich kann einfach Shift hüpfen, das ist sicherer. Das soll hoch sein, deine Mob-Fahne, wie mickrig. Ich hab doch 17 Steine, also. Aber die passt hier irgendwie gar nicht ins Landschaftsbild, ne? Möcht ich mal so anmerken. Hier passt du auch nicht ins Landschaftsbild, das ist nixistent. Es gibt nicht mal ne Landschaft, also kann auch nix reinpassen. Ich würd' sagen, doch eigentlich passt exakt ins Landschaftsbild. Ich muss sagen, das kann ich ja mal erzählen, hab ich auch schon mal erzählt, glaub ich. Ja, hab ich schon mal erzählt. Ach, Hunger. Dass ich bei diesen Skyblock-artigen Maps das einfach wirklich grundsätzlich nie wieder ein Gebäude abreiße. Einfach nur, weil selbst wenn's scheiße aussieht, das ist einfach, das trägt irgendwie zum Charme mit bei, weil das einfach dazugehört. Weil so bildet sich die Map. In der Mitte wird dann immer noch so ein Holz, also so ein Holzplatten-Cobblestone-Gerüst. Nach außen hin kommt dann meistens so Gras und dann kommen die ersten Steine und dann kommt ein richtiger Boden. Und ja, das ist hübsch. Ich kenn meine eigenen Skyblock-Maps, die sehen so unglaublich verquillt aus immer. Das ist bei mir genauso. Dringend von einem, ne? Ja, wir haben einen Lava-Eimer in der einen Küste. Kannst du die Lava irgendwo lagern? Ja, klar, ich lager die mal irgendwo in den Koppel oder so. Oder, Moment, einen Clay-Bucket müsstest du doch für Lava, äh, für, ne, für Wasser auch nehmen können. Ja, ginge. Ja, siehste, dann hab ich einen. Sehr gut. Ja, damit... Ja, zwei wären halt nicht schlecht, dann nehm ich den Eimer auch mit Lava auch noch mit. Die Lava kannst du hier reinschmeißen. Ja, ich schmeiß's. Wo? In den Sealed Tag. Ah ja, stimmt. Das ging ja. Okay. 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 So, ein Stack Gravel und den jetzt durch, durch den Dings durchschieben, oder? Ja. Durch den... Sissy. Ich kann dir helfen. Kann ich selber. Kannst du selbst helfen? Rückzuhalten. Eben. Oder ein Spamboard anmachen. Das ginge auch. Weg. Stimmt, dann solle Markus das besser machen, weil... Spam. Muss er nicht. Ich muss nur... Ich muss nur rechts weg gedrückt halten. Ja, wenn ich auch rechts weg halte, sind wir doppelt so schnell. Sind wir nicht. Doch, natürlich. Nein. Zwei rechts klicken sind schneller. Man ist nur schneller mit nem Spamboard. Dann gib mir die Hälfte, dann mach ich das am anderen. Genau, wir haben ja zwei. Ja, eben. Ja. Erstmal geh wir. Dann sind wir doppelt so schnell fertig. Überleg doch mal. Vielen Dank. Ich will nicht, war hungern. Hat noch irgendwie noch irgendwas. Ich hab bis letzte schon runtergeworfen gehabt. Ich hab genug, ja. Nein, warum musst du jetzt nachhinkommen? Wir brauchen unbedingt mal mehr Betten. Weil in der Nacht kann ich hier oben nicht so toll arbeiten. Du kannst einfach ausleuchten. Ja, und dann wieder alles abreißen. Ja. Nee. Das ist nicht so viel Arbeit. Wie viel String haben wir denn? Ich hab Angst um den Eiseneimer. Ich schmeiß den mal vors Haus. Ich schmeiß den lieber in eine Kiste. Nicht vors Haus einfach legen. Spawnt der noch. Ja, okay. Warte. Ich schmeiß den auf dich. Ja. Da. Nee, brauchen wir jetzt gar nicht. Da brauchen wir sogar drei Betten. Wir brauchen drei. Ja, ich überlege, weil wir um Morphium. Nee, nicht Morphium. Morphius. Nee, da brauchen wir nur noch ein Bett. Nee. Weil die Hälfte der Spieler reicht, oder? Ja, genau. Das meine ich, ja. Ja, dann brauchen wir nur noch ein Bett. Ich brauch noch ein String. Ja, die liegen ja irgendwo rum. Oder hast du schon alle Kisten durchwühlt? Ich hab schon alle Kisten. Ich hab noch welche, ich hab noch welche. Ja. Da liegt doch noch ein String ganz oben drin. Und das ist die Kiste. Wir haben einen kompletten Baum voller Seite. Der bringt ja auch noch mal einen halben Stack. Stimmt, den gibt es auch noch. So, die ganzen Ärzte kommen hier in die Rohrärztkiste rein, ne? Jo, genau. Am besten wäre jetzt Eisen, Eisenerz. Da unten mal zwei Betten. Ich wollte gerade fragen, wo ich den einmal Wasser herhabe, aber das ist eine blöde Frage. So, legst du noch mal schlafen, damit Markus weitermachen kann. Ich könnte das Wasser verwenden. Okay. Na, ich mach gerade schon weiter, ist halt bloß ein bisschen gefährlich. Wo ist mein Bett? Du hast keinen. Brauchen wir nicht. Danke schön. Wakey, wakey, rise and shine. Guten Morgen, everyone. Guten Morgen. Guten Morgen. Gut. Gut.